Ja, ihr werdet euch jetzt nur eine Runde sehen. Das, was ihr jetzt gerade seht, ist noch nicht das Gameplay natürlich, weil das, der Titel heißt Minus und nicht Bonusbote. Ich brauchte nur etwas bisschen so vorab Clips irgendwie, damit ich das einfach irgendwie habe und das nicht in 10 Sekunden erklären muss. Auf jeden Fall, das ist ja gleich eine Minus-Runde. Eigentlich eine 100 Daily mit der Minus immer ein Sumorin, Eigenhändigkeit, also zu töten. Ich war mir überlegen vorher, ob ich den Eddon dafür nehme oder ob ich das Rotomori nehme. Denke ich mir so, komm, dann nimmst du das Rotomori. Ja, hab tatsächlich zwei Käste. Ich hätte auch drei oder vier auch alle haben können. Ich hätte die Runde auch früher beenden können. Ich werde das gleich kurz an der Stelle sagen, wo das dann gewesen ist. Also im Video wird das erst dann irgendwann kommen, aber ja, damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr euch übrigens, der, der, der mir gefällt, dann ist mir das auf PC aufgenommen. Dann ein Like und einen Kommentar lassen. Wenn ihr noch neu seid, ein Abo wäre auch nicht schlecht. Dann mit mir aber hoffentlich mal bald auf die 800 Abonnenten zukommen. Das wäre auch irgendwie mal nice. Verabschiede ich mich jetzt. Ihr hört mich nochmal an der Stelle, wo ich endlich die Runde beenden hätte können. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.